ich werde die goldene maske schon bekommen vertraut mir mal das ist ja schon na das nenne ich waghaltig tut mir leid wir konnten nicht wissen dass silvio so betrügen würde wieso denn nicht schwester wir sollten doch sagen wenn wir das schwein gesehen haben dass die maske gestohlen hat er ist auf dem weg zum fest des dogen ich werde gehen ich fange ihn ab bevor er dort ist und hole mir die maske wie indem er den armen teufel umbringt ja ihr wisst was auf dem spiel steht nein wenn ihr ihn tötet sagen sie den ball ab und marco zieht sich in den palazzo zurück dann hätten wir zeit verschwendet wieder stehlt stattdessen die maske leise die mädchen können helfen sie sind schon auf dem weg zum fest auf der ganzen strecke sie können ihn ablenken während ihr die maske besorgt na dann ein echter spaß die goldene maske von dante moro stehen um an der feier teilnehmen und das attentat auf marco barbarigo durchführen zu können na dann werde ich mal gehen aber ich muss den auch finden ja klar irgendwo hier ist er hier sind auf jeden fall ein paar leichte mädchen hier auch dann kommt man mit hier sind ganz normale wachen da ist nichts hier irgendwo müsste er sein aber sehen tue ich ihn nicht ehrlich gesagt da ist er und dann werde ich mich mal schnell verpissen er hat nichts gemerkt das fest aufmischen na sicher mache ich das sobald er sich anschlossen hat hier hochzuklettern werde ich das tun kein problem das werde ich mal versuchen ach komm junge ich hab noch nichts gemacht alter was ist denn hier los okay ich glaube hier ist gerade voll der fehler okay ich bin weg kein problem kein problem kein problem hat sich doch fest warum kann ich aber die goldene maske nicht ansetzen aufsetzen ansetzen das setzt sich auch mal gleich an in meinem geschäft gibt es nur das aller feinste schön schön na gut dann wollen wir mal die sieht voll psycho aus die maske ohne spaß ey da denkt doch jeder das ist ein psycho killer da drunter na egal auf jeden fall darf ich jetzt hier ein bisschen aufmischen ich freue mich ich weiß gar nicht was muss ich machen achso ich kann einfach durch alles klar dann werde ich das doch gerne tun ihr habt es geschafft marco ist auf einem boot noch in ufer nähe er wird in ein paar minuten eine rede halten nutzt meine mädchen bewegt euch mit ihnen um nicht entdeckt zu werden okay ich müsste aber eigentlich inkognito sein hier oder okay ich glaube ich habe ein problem alter geh doch mal weg hier eine minute muss ich anonym bleiben kein problem ich bleibe hier einfach stehen oh verdammt ja jetzt hier so bleibt man anonym du hast den dreh raus die die ihr verletzen könnt ihr ja toll hier sind überhaupt gar keine von diesen uren was macht der blick von dem herrn das war knapp okay da hinten sind welche ich will jetzt erstmal zu denen schnell gehen zehn sekunden noch ich hoffe zehn sekunden nicht dass jetzt auf einmal heißt oh viel geschlagen sehr gut signore e signori ich präsentiere euch den verehrten dogen von venedig benvenuti willkommen meine freunde zum größten gesellschaftlichen ereignis der saison ob im frieden oder im krieg in zeiten des reichtums oder darbens benedig wird immer karneval feiern er verlässt das boot nicht ich werde rausschwecken das besser nicht er wird sofort entdeckt ja okay ich wurde ja sowieso entdeckt also von daher ist egal okay ich wurde desynchronisiert hammergeil das ist total bescheuert die sind doch direkt neben mir es gibt hier gar keine gruppen da muss ich ja sowieso ins wasser oder what er verlässt das boot nicht ich werde rausschwecken ihr müsst mir helfen das besser nicht er wird sofort entdeckt ja und heute nacht feiern wir was uns groß macht wie hell unser licht wie hell unser licht über die welt erstrahlt das ist es die pistole mit der er den mörder gestoppt hat sie ist so laut wie die explosionen wählt den richtigen zeitpunkt und nun ah du hast recht man wird etwas bemerken ich mag eure art zu denken schwester dann erwarte ich euch am bordell mein sohn frage ist was ist denn wir alle wissen dass wir schwere zeiten durchgemacht haben aber wir haben sie gemeinsam durchgestanden ok kann ich das irgendwie abbrechen und nun ist du sollst ihn hier anwählen machtwechsel sind schwierig für alle aber diesen haben wir mit anstand und ruhe bewältigt es ist nicht leicht einen dogen in der blüte seiner jahre zu verlieren an die brutalität eines assassinen der sich in unserer mitte versteckt wirklich wir alle haben mochenigo sehr geliebt er war ein freund von uns allen und wird schmerzlich vermisst aber hat jemand von uns seine politik geliebt fühlten wir uns sicherer unter seinem wachsamen blick glaubten wir an den weg den er uns führte oder begann auch ihr angst zu haben wie ich angst dass mochenigo nicht klar sah dass er nicht vorbereitet war auf die dinge die da kommen meine freunde ich sage euch ich kann diesen weg klar erkennen ich weiß wo wir hingehen es ist ein wunderschöner ort wir werden ihn gemeinsam erreichen die zukunft die ich für venedig sehe ist eine zukunft der stärke und des reichtums wir werden eine so starke flotte aufbauen dass uns unsere feinde mehr fürchten denn je ach ich habe keine lust hier die ganze zeit den knopf zu halten ohne spaß jetzt sehen wir nochmal die waffe aus und gewürze und schätze heim bringen von denen wir nie geträumt haben und denen die gegen uns sind sage ich trefft eure entscheidung mit vorsicht entweder seid ihr auf unserer seite oder ihr seid auf der seite des teufels und unter unseren freunden dulden wir keine feinde wir werden euch finden wir werden euch ausmerzen wir werden euch vernichten und venezia wird ewig strahlen das hellste juwel der gesamten zivilisation soll ich schätze tja anscheinend schon nein es ist zu früh ich bin nicht bereit das sind wir selten möge der tod dir gnädig sein requiescat im pache voll die psychomaske ohne witz so und nun komm warum ganz ehrlich wählt er denn sie als gegner an oh alter hier sind ein paar viele gegner ich werde mich mal einfach so ganz schnell und einfach mal zurückziehen weg ja ich lasse mich mal alleine tschüss du musst aber an hier weg 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 ich muss weg oh verdammt hier sind auch welche kein problem kein problem kein verdammt sorry 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 jetzt musste ich mal so spontan husten ach deine mama darf auch nicht hier sein du warst trotzdem so jetzt verpisse ich mich hier einfach mal schnell so dass mich niemand mehr sieht ja etzio supi du bist ein held ne ne ihr seht nix ne ne ihr seht nix ihr wisst nicht welch ach du scheiße ich bin ja auch noch alles rot wenn die mich sehen ist ja schon kurz vor knapp jungen nein du siehst mich nicht etzio du warst doch schon auf dem boot ach man etzio du bist doch echt zu blöd zum kacken wieder hoch jetzt spring da rüber hol dir das geld und gut ist meine güte ich habe schon wieder 40.000 voll geil aber ich brauche mehr ich hole mal einfach schnell hier das ding abreißen dann habe ich schon mal wieder ein bisschen weniger und würde auch mal direkt sagen ich hole mal hier beim ach nee das ist ein schmied okay problem ist was ist denn wenn ich jetzt sage okay ich kaufe mir das muss ich das auch direkt anlegen hm kaufen will ich es ja schon ne ich mache das mal alles in monta legioni ich glaube das ist cleverer weil da kann ich das direkt auch wieder wechseln beziehungsweise da wäre es ja dann eigentlich überhaupt nicht mehr nötig aber haben möchte ich das schon irgendwo naja erst mal wieder hier rum da mein lieber etzio und jetzt geh rein bevor sie dich erkennen das ist ja gut wunderbar gemacht das ist ein wahrer held ihr müsst müde sein kommt ruht euch aus der retter von venedig was soll ich sagen ich hätte wohl nicht so sehr zweifeln sollen jetzt werden wir sehen wie sich alles entwickelt das werden wir aber genug davon ihr habt so hart gearbeitet mein Sohn ich fühle dass euer müde Körper Trost und Pflege bedarf ja ich habe solche starke Schmerzen Schwester ich brauche sehr viel Trost und Pflege oh das wird sich einrichten lassen Mädchen er bekommt sein Trost und auch seine Pflege das war doch ein echter Spaß damit haben wir auch Sequenz 9 beendet Juhu mal gucken was jetzt passiert als müsste eigentlich ein neuer Abschnitt irgendwie freigeschaltet werden weil mir fehlen ja immer noch ein paar Codex Seiten mir fehlen mir fehlen noch zwei Videos von die Wahrheit die müssten sich dann quasi jetzt hier befinden im selben Jahr wie Sequenz 9 allerdings müsste das müsste jetzt ein neuer Stadtteil irgendwie frei sein bin ich mir noch nicht so sicher auf der Brücke bin ich jetzt ok mir wird ja gar nichts angezeigt wieso weil er ankommt EZIO SIR ANTONIO MÖCHTE MIT EUCH SPRECHEN danke für die Nachricht na gut dann weiß ich bescheid Antonio möchte mit mir sprechen ähm jetzt muss ich da hin gibt's hier nie gibt's nichts neues hm 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 hier ist was neues alter das ist ja am Arsch der Welt hier da werden wahrscheinlich hier noch ein paar Sachen aufgedeckt und hier werden dann auch die letzten Sachen zu finden sein wobei wobei hier geht's da auch noch Hunger Pro weiter hier ist auch noch nicht alles aufgedeckt vielleicht hier und dann geht's hier so rum keine Ahnung alles durchaus möglich auf jeden Fall wir haben das Spiel gewonnen wir haben die goldene Maske gewonnen wir konnten den Dogen eliminieren und damit seine Schreckensherrschaft zunächst einmal ein Ende setzen bis der nächste voll Lappen kommt ich bedanke mich fürs Einschalten ich bedanke mich fürs Zusehen und würde einfach mal sagen wir haben 31476 Florin ein bisschen passt noch in die Truhe ich hoffe wir sehen uns auch in der nächsten Folge bis dahin haut rein Leute